Wenn du ein Haus bauen willst, aber keine Zeit hast, weil du wirklich beruflich eingebunden bist, Alltag etc., dann ist dieses Video für dich. Ist auch bewusst unter zehn Minuten gehalten, damit du hier drin alles findest, was du brauchst, aber das wirklich in kürzester Zeit. Und ich habe das in fünf Tipps zusammengefasst und damit starten wir jetzt. Ein wichtiger Punkt vorab, wenn man etwas schnell machen will, dann besteht immer gleich die Gefahr, dass man falsche Entscheidungen trifft, die man aber erst im weiteren Verlauf merkt. Also wenn man jetzt ein Haus wählt, wo die Qualität nicht so gut ist, merkt man das erst, wenn man drin wohnt, dass der Schallschick nicht so gut ist, dass der Hitzeschutz im Sommer nicht so gut ist, dass die Fassade auf einmal schwarz und grün ist nach ein paar Jahren. Und das sind so Dinge, die hätte man schon vorher sehen können, wenn man da ein bisschen Zeit investiert hätte. Oder auf der Baustelle, dass man dann erst merkt, dass eine Firma sich sehr schwer tut mit der individuellen Planung, obwohl die doch am Anfang auch gesagt haben, wir bauen komplett individuell. Man merkt aber eigentlich erst auf der Baustelle, dass dem nicht wirklich der Fall ist. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, am Anfang etwas mehr Zeit zu investieren, um dann hinten raus trotzdem ein gutes Ergebnis zum einen zu haben und eben keine unnötigen Verzögerungen. Und dafür Tipp Nummer eins, mit dem wir hier starten. Tipp Nummer eins ist die richtige Grundlage schaffen. Also hier zwei Beispiele. Einmal das Bodengutachten, damit du wirklich weißt, was im Boden los ist und nicht erst im weiteren Prozess drauf kommst, dass manche Dinge vielleicht gar nicht gehen oder der Keller gar nicht so funktioniert oder nur Sinn macht, auf Keller zu bauen bei diesem Boden und so weiter. Also frühzeitig ist das Bodengutachten machen, damit du einfach weißt, was los ist und Entscheidungen treffen kannst. Und Nummer zwei ist dann eine Ausstattungsliste anlegen, damit du den Firmen schon mal vorgeben kannst, was du denn willst. Weil dann vermeidest du dieses Spiel, dass man zig Korrekturschleifen braucht, um überhaupt mal zu einem Angebot zu kommen, in dem alles drin ist, was du haben willst. Und je mehr du da am Anfang machst, kann man sich ja mal an einem Abend mit einem Glas Rotwein hinsetzen und mal gedanklich durchs Haus gehen, was man denn wirklich haben will. Und dann lässt sich das relativ einfach runterstrukturieren, dass man allen Baufirmen die gleiche Vorgabe macht. Also ganz, ganz wichtig, die richtige Grundlage zu schaffen, damit du wirklich weißt, welche Entscheidungen kann ich nachher wie treffen. Punkt Nummer zwei ist mit einem Architekten das Haus planen. Und zwar mit einem Architekten, den du wirklich nur für die Planung engagierst und bezahlst. Dafür investiert man dann einmalig so zwischen 5.000 und 10.000 Euro, wenn man dann eine Pauschale vereinbart. Und dann hat man wirklich eine Planung, die die Grundlage für den gesamten weiteren Bauprozess ist. Und es klingt vielleicht erstmal paradox oder widersprüchlich, zu einem Architekten zu gehen und da Zeit zu investieren, statt man geht einfach zu einer Baufirma und lässt sich da dann das Haus planen. Aber der Vorteil ist, dass dann der gesamte Vergleichsprozess, Vertragsverhandlungsprozess etc., Bemusterungsprozess, deutlich einfacher wird, wenn man diese Grundlage geschaffen hat. Und dass das Haus wirklich nachher auch so ist, wie man es wirklich bauen will und nicht die Änderungen später kommen. Da gehe ich aber gleich nochmal drauf ein. Wichtig ist beim Architekten, wenn er den wählt, wählt den immer nach zwei Kriterien. Einmal der Kompetenz und einmal der Sympathie. Also Kompetenz, dass der wirklich das planen kann, was ihr wollt, zum Beispiel ein Einfamilienhaus, weil dann kennt er die Abläufe und so weiter, wie ist eine Lebenssituation im Einfamilienhaus, statt dass der immer, weiß ich nicht, Kindergärten, Industriehallen etc. plant. Dann passt das nicht so gut zusammen. Und das Zweite ist die Sympathie, dass ihr wirklich auf einer Wellenlänge seid, in der Architekt euch nicht das vorgibt, was er vielleicht gerne umgesetzt haben will, was er bauen möchte, sondern das umsetzt, was ihr möchtet und was euch wichtig ist. Und wenn ihr den habt, dann ist es wirklich die perfekte Grundlage, statt wieder mit Trial and Error irgendwie zu verschiedenen Grundrissvarianten zu kommen, wo man nicht wirklich weiß, macht das jetzt so Sinn oder nicht. Weil selbst wenn ihr immer das gleiche Bad habt, also jetzt 3x4 Meter zum Beispiel für ein Bad, als Außenmaße oder als Raummaße, da gibt es ja trotzdem zig verschiedene Möglichkeiten, die Sanitärobjekte anzuordnen. Mit einer T-Lösung, mit einer halben T-Lösung, mit der Schamwand, alles in einer Reihe etc. Also es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten und ein Architekt kann euch die Vogelperspektive dafür liefern, diesen Planungsprozess deutlich geradliniger und zielstrebiger umzusetzen, viel schneller zu einem guten Ergebnis zu kommen. Weil klar, einfach nur ein Kataloghaus wählen geht schneller, ist aber nicht wirklich der optimale Weg, weil dann habt ihr sehr wahrscheinlich was, was nicht perfekt zu eurem Platzbedarf, zu eurem Grundstück passt. Und das merkt ihr dann erst, wenn ihr auf der Baustelle seid und dann verlängert es den Prozess enorm. Also es kann Sinn machen, am Anfang vielleicht einen Monat mehr zu investieren, um dann nachher 3, 4, 5, 6 Monate schneller zu sein im Bau selber. Punkt Nummer 3, um möglichst schnell zu bauen und stressfrei, ist die Fertigbauweise zu wählen. Da gibt es ja heute auch Anbieter, die sehr individuell bauen, die die Pläne vom Architekten dann gut umsetzen können. Und bei der Fertigbauweise habt ihr zwei entscheidende Vorteile. Das eine ist wirklich eine kurze Bauzeit. Und ja, hier werden jetzt auch wieder die Kommentare kommen, es gibt Fertighausanbieter, die brauchen zwei Jahre. Ja, aber es gibt genauso welche, die brauchen neun Monate. Also von dem her, die Fertigbauweise geht deutlich schneller, weil Prozesse auch einfach parallel laufen. Ihr könnt schon mit, oder die Produktion des Hauses kann im Prinzip schon starten, wenn ihr zum Beispiel gerade noch ein Haus auf dem Grundstück abreißen müsst. Und dann ist die Bauphase, wenn das Haus aufgestellt ist, der Rohbau steht halt innerhalb von zwei Tagen. Und der gesamte Innenausbau dauert dann halt nochmal drei bis vier Monate. Ja, also es geht einfach schneller, als Stein auf Stein zu bauen. Das ist am Ende so, aber natürlich nur bei den richtigen Anbietern. Wenn ihr da Fragen habt, kommt gerne auf mich zu, dann können wir da einfach mal Erfahrungswerte besprechen. Aber grundlegend ist die Fertigbauweise die schnellere. Und Punkt Nummer zwei, auch die Themen drumherum, wie zum Beispiel eine Bemusterung, sind zentral organisiert. Das heißt, ihr werdet nicht dann zwei Tage vorher von, wenn ihr jetzt zum Beispiel mit einem Architekten baut, werdet ihr da zwei Tage vorher angerufen, hey, übermorgen könnt ihr Türen besichtigen oder Türen bemustern. Und da fahrt ihr bitte 50 Kilometer dahin. Das ist alles zentralisiert bei einer Fertighausfirma. Und da wählt ihr innerhalb von zwei Tagen alles aus, was nachher die Ausstattung dieses Hauses sein soll. Und deswegen ist es so wichtig, dass man wieder die Grundlage gut vorbereitet und ihr schon mal Gedanken gemacht habt, was ihr denn haben wollt. Angefangen bei Fliesenformaten, Ebene, Duschen etc. So dass ihr dann, wenn ihr zur Bemusterung kommt, das auch alles wirklich innerhalb von zwei Tagen entscheiden könnt. Wenn ihr diese Grundlage aber gelegt habt, dann geht es auch wirklich deutlich schneller und dann ist es wirklich ein Vorteil, dass es zentral organisiert ist und ihr nicht zu 20 verschiedenen Firmen fahren müsst, um die Dinge zu wählen. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor, weil die Kosten sind ja immer im Switch, also im Hinfahren, im Eintag dafür freinehmen müssen, auch wenn die Bemusterung da dann vielleicht nur eine Stunde dauert. Aber das ist wirklich das, was beim Fertighaus zentralisiert wird. Und deswegen ist die Fertigbauweise aus diesen zwei Gründen das Beste, wenn man wirklich schnell bauen will. Und natürlich ist es heute so, dass auch die Qualität gut vergleichbar ist mit der eines Steinhauses an vielen Stellen sogar deutlich besser. Auch hier werden wieder andere Kommentare kommen, aber wir haben die vielen Erfahrungswerte dazu. Punkt Nummer vier ist, einen Bausachverständigen von Anfang an einzubilden. Also zum Beispiel schon beim Vergleich der Angebote. Weil auch hier könnte man ja wieder denken, ach, ich kürze es einfach ab und nehme irgendeine Firma. Aber das hat halt wieder die Downside, dass das Haus nicht wirklich gut wird. Kann auch in der Fertigbauweise, genauso wie in der Steinbauweise, an Anbieter geraten, die sich hochwertig präsentieren, aber gar nicht so hochwertig bauen. Und deswegen merkt, und dann merkt man erst wieder später, dass es vielleicht gar nicht so gut ist, wie man dachte. Muss dann wieder überlegen, muss ich Gewerke rausnehmen, etc. Und kriegt dann so einen Rattenschwanz hinten raus, der einmal eine längere Zeit bedeutet und auch mehr Aufwand für euch. Das heißt, am Anfang eine gute Entscheidung zu treffen, mit welcher Firma man das Ganze umsetzen will, ist enorm wichtig. Und hier kann schon ein guter Sachverständiger weiterhelfen. Wir zum Beispiel bieten ja auch Angebotsvergleiche an, wo wir einfach ins Detail gehen und Angebote mal in 40, 50 Detailpengte aufsplitten. Und diesen Vergleich machen wir für euch. Also ich werte das euch aus. Ihr kriegt eine übersichtliche Tabelle, wo ihr wirklich dann entscheiden könnt, was passt für euch besser oder schlechter, was sind Preisunterschiede, so dass ihr wirklich gute Entscheidungen treffen könnt. Also dieses Aufbereiten von den Dingen, die da sind und gar nicht durch die ersten 20 oder 30 Seiten einer Baubeschreibung euch lesen zu müssen, obwohl das nur Marketing ist. Das sind die Dinge, die wir wirklich beitragen können oder die allgemein ein Bausachverständiger beitragen kann. Zweites Beispiel, auf die Baukontrollen auf der Baustelle sind einfach enorm wichtig. Wenn ihr hier eine Rohbaukontrolle macht und es wird ein sauberes Protokoll angelegt, mit den Punkten, die einfach noch abgearbeitet werden müssen, damit eben nicht erst bei der Hausabnahme das Ganze auf den Tisch kommt und ihr dann vor Dingen steht, die vielleicht sich gar nicht mehr lösen lassen und für die ihr nur noch eine minimale Gutschrift bekommt oder dass es sich dann noch mal 8, 10, 12 Wochen zieht, bis diese Mängel, die dann bei der Hausabnahme auf den Tisch kommen, beseitigt werden. Das ist ja im Prinzip auch noch die Bauzeit, weil ihr dann in einem Haus wohnt, das eigentlich noch eine Baustelle ist und dann immer wieder Handwerker kommen und ihr da sein müsst etc. Also das wirklich gut zu machen, da den Bau sauber zu managen, ist eine ganz, ganz große Sache und deswegen von Anfang an einen Bausachverständigen einbeziehen ist wirklich das, was den Bau enorm beschleunigen kann. Und Punkt Nummer 5 ist im Endeffekt noch mal eine Zusammenfassung aus den Punkten davor, nämlich die Fehler vermeiden. Ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass alles, und das könnt ihr euch merken, alles, was später im Prozess, umgeplant, umentschieden, verändert werden muss, macht die Bauzeit einfach enorm länger. Weil auch, wenn ihr jetzt zum Beispiel auf der Baustelle irgendwas habt, wo ihr noch was ändern wollt und das heißt, der Estrichleger kann jetzt nicht ins Haus, dann kommt er ja nicht zwei Tage später, bis diese Sache geändert ist, die ihr haben wolltet, sondern der kommt dann sechs oder acht Wochen später, weil der ist ja schon wieder auf anderen Baustellen eingetaktet. Und sowas verlängert die Bauzeit enorm, ohne dass es notwendig gewesen wäre, wenn man sich schon am Anfang Gedanken darüber macht. Also es ist ganz, ganz wichtig, diese Fehler zu vermeiden, selbst mit dem Bodengutachten, dass man erst nach Bauantrag zum Beispiel weiß, dass ein Kenner vielleicht sehr teuer wird und dann nochmal umgeplant werden muss. Das sind alles Dinge, die lassen sich vermeiden durch eine saubere Vorgehensweise. Wenn ihr dazu sprechen möchtet, wir haben ein Erstgespräch, das auch auf 15 Minuten ausgelegt ist, wo ihr wirklich in einer Viertelstunde alles mitbekommt, um die beste Vorgehensweise für euer Vorhaben dann durchzuziehen. Also meldet euch da bei uns, einfach unter fertighausexperte.com schrägstrich Kontakt und ich freue mich auf euch.